Hallo liebe Zuschauer, heute gibt es mal keine neuen Let's Play Folgen, sondern einen Podcast als Video Upload. Auch um mal ein bisschen in Erinnerung zu rufen, dass wir jetzt wieder regelmäßig Podcasts machen. Normalerweise würde heute am Freitag eine neue Folge von Die Woche kommen. Das lassen wir diese Woche tatsächlich noch ausfallen, denn Daniel und ich sind offiziell noch im Urlaub. Aber Martin und ich haben einen kleinen Podcast aufgenommen zu Baldur's Gate 3, denn Martin hat da schon 150 Stunden drin verbracht und wir werten das ein bisschen aus. Grundsätzlich also hier nochmal die Erinnerung, wir machen jetzt wieder regelmäßig Podcasts. Die könnt ihr überall da hören und abonnieren, wo man Podcasts hört und abonniert. Und wir werden sie zumindest vorläufig auch als reine Audio Uploads belassen. Also wir wollen jetzt noch nicht wieder Video Podcasts draus machen. Das soll so ein bisschen erstmal getrennt bleiben, dass wir uns ein bisschen auf die unterschiedlichen Kanäle und ihre Ausspielungsarten konzentrieren. Falls das irgendwann mal wieder mehr Schwung aufnimmt und ein bisschen größer werden sollte, da kann man auch mal schauen, ob man das auch wieder als regelmäßiges Videoformat macht. Aber das ist zumindest aktuell noch nicht der Plan. Soviel von meiner Seite aus und jetzt kommt der Podcast. Vielen Dank fürs Zuschauen wie immer und viel Spaß. Ich habe gerade die ersten paar Seiten vom Testvideo Text gegengelesen zu Baldur's Gate 3 und dieses Testvideo kommt von einem Experten im Thema Baldur's Gate 3. Jemand, der sich in den letzten Wochen einen Namen gemacht hat mit ausführlichen, detaillierten Videos zu diesem Mega-Rollenspiel und den ich deshalb auch gebeten habe, das Testvideo für die GameStar zu schreiben und zu machen, weil die anderen Inhalte halt so gut waren und weil ich ihn auch schon eine Geweile kenne. Ich mache seit einer ganzen Weile mit ihm regelmäßig Videos oder auch hier Podcasts. Ihr habt vielleicht auch schon mal von ihm gehört. Er heißt Martin Lee und ich begrüße ihn ganz herzlich. Hallo Fritz, danke für die nette Einleitung. Ja, du machst das Testvideo für Baldur's Gate 3. Du hast Baldur's Gate 3 vor allem auch schon durchgespielt. Über 150 Stunden hast du in die Vollversion reingesteckt. Du weißt also, wie es ausgeht oder sagen wir mal, du weißt, wie dein Spieldurchgang ausgeht. Das bei 17.000 möglichen Endvarianten, wie es da durch die Headlines manchmal flatterte, werden wir heute vielleicht über eins sprechen, ohne zu spoilern. Keine Sorge, das hier soll kein Spoiler-Talk werden. Es soll ein bisschen ein Auswertungstalk werden. Wir werden sicherlich ein paar Beispiele besprechen, aber nicht so tief reingehen. Also ich glaube nicht, dass wir irgendjemandem das Vergnügen verderben. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen bei auch so einem umfangreichen Spiel. Aber trotzdem habe ich natürlich ein paar brennende Fragen dazu. Und freue mich auch schon auf den Rest des Testvideotextes zum Gegenlesen. Den machst du dann danach weiter. Aber ja, jetzt dachten wir uns, schieben wir doch erstmal die Erfahrung des Durchspielens dazwischen. Und eine ganz einfache, kleine Frage zum Einstieg. Martin, wie ist es? Ja, es ist gar nicht so schlecht geworden. Macht schon Spaß, ja. Ja, macht schon Spaß. Nee, es ist wirklich, es ist fantastisch. Es ist unglaublich gut. Man hat das ja schon jetzt wirklich zuletzt geahnt, der ganze Hype um den Release kurz davor. Early Access war natürlich jetzt schon eine ganze Weile verfügbar und war hervorragend. Hat sich natürlich trotzdem die Frage gestellt, wie gut schafft es Larry, das auf das ganze Spiel zu übertragen? Wie gut ist das, was man am Anfang erlebt hat? Wie wirkt es sich im späteren Spielverlauf aus? Und kann es dann die gesamte Qualität weiter halten? Von dieser Vielfalt, vom Umfang, von der Tiefe und von allem, was da halt gezeigt wird? Und kann es das vielleicht sogar noch steigern? Und in vielen Bereichen muss man einfach sagen, ja, es kann es halten, es kann es noch steigern. Und es ist eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Kann man nicht anders sagen. Man sieht es jetzt ja überall. Wir machen jetzt unser Testvideo gerade. Die GameStar macht dann auch noch den Text, also einen richtigen normalen Test, den wir immer kennen. Metacritic, höchste Wertung, die User flippen aus. Und meiner Meinung nach auch alles völlig zurecht. Es hat noch seine Probleme. Es gibt auch, es gibt ein paar Sachen, über die wir sprechen können, die ich... Es ist kein perfektes Spiel. Darüber können wir gerne reden. Und es gibt noch ein paar Sachen, die, denke mal, so in den nächsten Wochen ausgebügelt werden. Aber das ist alles wirklich Meckern auf aller, allerhöchstem Niveau. Das ist ein super Spiel. Ja, und wir haben ja auch gesehen, dass die Spielerzahlen so unglaublich beeindruckend sind. Ich weiß noch, vor zwei Wochen hatten wir in, ich glaube, in die Woche, unserem eigentlich wöchentlichen, wenn wir nicht gerade Urlaub haben, Format, noch gesagt, hier am Launch-Tag zweit meistgespieltes Spiel des Jahres mit, was waren es damals so, knapp unter 500.000 Spieler gleichzeitig in der Steam-Version drin, und am Release-Tag, beziehungsweise am Early-Access-End-Tag, inzwischen ist das hochgegangen bis, ich glaube, über die 800.000. Hat es Hogwarts Legacy inzwischen sogar geschlagen? Also am Release-Wochenende, am Sonntag, hat es die 814.000 erreicht. Das war dann auf Platz zwei dieses Jahr hinter Hogwarts Legacy. Und dann das Wochenende drauf jetzt, hat es 875.000 erreicht und war damit 4.000 hinter Hogwarts Legacy. Und ich bin gespannt auf das nächste Wochenende. Eigentlich ist gerade der Anfang oft der stärkste, aber es hat halt diese Mundpropaganda, dass es spricht sich halt rum, wie toll das Spiel ist, dass ich glaube, dass es vielleicht dieses Wochenende nochmal eine Schippe drauflegen kann. Und ich fände es einfach, es ist jetzt eigentlich ja nicht wichtig, ja. Aber irgendwie ist es doch geil, wenn man dann sagen kann, es ist einfach das erfolgreichste Spiel, jetzt an den Spielerzahlen gleichzeitig auf Steam gemessen, dieses Jahr und hat Hogwarts Legacy übertrumpft. Das wäre einfach cool. Und ich bin gespannt, ob es das schafft. Es wäre fantastisch, zumal man dann auch immer ein Argument hätte, wo man sagen könnte, nehmt euch doch ein Beispiel daran, ihr müsst ja nicht genauso gut sein wie das, aber ihr könnt das ja, lasst das doch euer Beispiel sein, statt die nächste 0er15-Open-Welt, Open-World-Welt. Ist doch, ihr müsst das ja nicht erreichen. Aber es gibt doch Richtungen, in die man streben kann. Und ja, Baldur's Gate 3 hat in vielen Sachen, in vielen Bereichen ein Ausnahmespiel, auch der Early Access-Release zum Beispiel, oft gibt es ja diese Sorge, dass dann halt der Early Access-Release ein bisschen übersehen wird, wenn man Early Access nutzt. Und Larian selber hat ja auch gesagt, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass es so krass werden würde. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass es so krass werden wird, dass es ein gutes Spiel werden wird. Das war, glaube ich, allen durchaus klar. Aber dass es vielleicht das Spielephänomen des Jahres werden würde, ich glaube, das hat in dieser Form niemand erwartet. Meine wichtigste Frage bei einem Spiel mit 150 Stunden mindestens, um es durchzuspielen, also wahrscheinlich zumindest so grob, das ist ein riesen Side-Invest. Und ich würde gerne wissen, ohne Spoiler, jetzt wo du das Ende erlebt hast, dein Ende erlebt hast, ist es ein befriedigendes Ende bei so großen Spielen. Ich finde das so schlimm, wenn so große Spiele ins Leere laufen. Also erst mal vorneweg, Larian hat ja selber die Spieldauer mit, glaube ich, 80 bis 120 Stunden angegeben, so typisch. Und ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Ich denke, wenn man da straight durchgeht, so wirklich die wichtigen unabdinglichen Sachen erledigt und da weitermarschiert, dann braucht man um die 80 Stunden Brauchung. Und wenn man jetzt, sage ich mal, so einen gemütlichen Durchgang macht, sich alles mal anguckt, Sachen ja nicht so interessieren, auslässt und Sachen, die man priorisiert, dann weiterverfolgt, was auch manchmal eben andere Sachen ausschließt, wenn man halt Sachen jetzt nicht rechtzeitig macht, dann landet man vielleicht so um die 120, 125 Stunden. Also da haben sie selbst eine sehr gute Prognose abgegeben. Ich habe jetzt insgesamt für das Testvideo halt mehr als 150 Stunden gespielt, glaube ich, so um die 170 insgesamt. Aber davon entfallen auch ungefähr 120 Stunden auf den einen Durchgang und ich habe mehrmals den Anfang mit unterschiedlichen Klassen gespielt und Völkern und auch unterschiedlichen Einstellungen. Also einmal so ein böser Charakter, einmal diese, man hatte diese Hörnlarve am Anfang im Kopf und da hat man auch verschiedene Optionen, wie man damit umgeht, will man die jetzt loswerden, will man die Macht für sich benutzen und habe da verschiedene Sachen ausprobiert, um wirklich mal abschätzen zu können. Nicht in der ganzen Tiefe, weil das ist nicht möglich, das ist in Monaten nicht möglich bei Biodos G3, aber zumindest ansatzweise abzuklären, okay, wie stark unterscheiden sich denn jetzt wirklich, wenn ich jetzt diese oder jene Wahl treffe, ist das halt nur so ein bisschen kosmetisch und ich kriege einen anderen Dialog oder ist das wirklich was, was tiefer geht und dann auch spürbar im weiteren Verlauf ist. Das habe ich versucht zu abzuschätzen und habe da, denke ich mal, doch ein gutes Gefühl bekommen. Also ich habe einigermaßen gründlich gespielt, aber selbst in diesem Durchlauf habe ich, weiß ich genau, ich habe mit manchen von meinen Companions, man kann bis zu zehn Begleiter mitnehmen, mit manchen habe ich kaum interagiert, einen habe ich gar nicht gefunden, einen anderen habe ich erst gar nicht mitgenommen, ein anderer ist gestorben, andere habe ich bis ignoriert, weil mich die einfach nicht so interessiert haben, in diesem Durchlauf zumindest, für meinen Charakter und ich habe einzelne Gebiete manchmal noch, gerade im späteren Bereich, gar nicht gemacht. Ich habe, der dritte Akt ist komplett Baldur's Gate, Baldur's Tor, die Stadt. Da ist, ich finde diese Aktstruktur in Baldur's Gate ganz interessant, es hat drei Akte, das Spiel und der erste Akt kennt man zu einem guten Teil schon aus dem Early Access, aber auch der ist nochmal rund um ein Drittel erweitert, also das bisherige war ungefähr so 60 Prozent, das ist nochmal deutlich mehr geworden und der bietet so einen guten Einstieg, man hat da viele Wege, die man einsteigen kann, viele Orte, die man auch parallel besuchen kann und das führt dann alles so ein bisschen zusammen in den zweiten Akt, in ein neues Gebiet und das ist ein bisschen linearer und stringenter. Das gibt eigentlich hauptsächlich zwei große Gebiete im zweiten Akt und die sind, hat man ein bisschen weniger Auswahl und Möglichkeiten als im ersten Akt, nicht in den einzelnen Sachen, aber in den Orten, die man besucht praktisch. Die sind dafür sehr dicht und auch sehr impactful, also sehr wichtige Entscheidungen, wichtige Sachen, die da stattfinden und auch nicht klein, wenn das jetzt so klingt, so zwei Gebiete zu sagen, das ist überhaupt nicht klein vom Umfang, aber es gibt ein bisschen das, was vom ersten Akt so freier war, wird ein bisschen gesteuert und dann komme ich in den dritten Akt und das ist halt Baldur's Gate, Baldur's Tor, die Stadt und die ist dann plötzlich wieder sehr offen, ganz anders nochmal als die anderen drei Akte. Es ist nur die Stadt, aber die Stadt ist halt gigantisch groß gefühlt. Das sieht man auf der Map auch gar nicht. Man hat ja natürlich aus Interesse vielleicht mal die gegoogelt oder einfach mal irgendwo Screenshots davon gesehen von der In-Game-Map oder es gab ja auch zusammen mit der Collectors Edition gibt es eine Stoffkarte und solche Sachen, also man hat vielleicht schon mal was davon gesehen, aber es gibt gar keinen Eindruck davon wieder, wie groß das ist. Du kannst auch manchmal in der Stadt, in einem Haus, in einem Keller verschwinden und bist dann da zwei, drei, vier Stunden beschäftigt, bevor du da wieder rauskommst, also das ist auch gigantisch. Und das hat ein bisschen mehr das Typische, was man eigentlich kennt, wenn man vielleicht an so einen Novigrad in The Witcher denkt, ja, wo Claire oder typisch auch halt dann Ancadla oder eben Baldur's Gate in den Vorgängerspielen, Baldur's Gate 1 und 2, dieses typische Startsetting, da findet ganz viel statt. Da hat man zum ersten Mal ein bisschen was, was auch eher den typischen Nebenquests entspricht in Baldur's Gate 3. Vorher ist es ganz ungewöhnlich, diese klassische Unterteilung, die man oft hat in diese Haupt- und Nebenquests. Ich folge jetzt der Story oder nee, ich mache jetzt hier für Oma Erna, grabe ich den Garten um und für den Onkel da hinten jage ich drei Wölfe. Diese Unterscheidung gibt es in Baldur's Gate 3. Nicht. Kann man komplett aus dem Fenster schmeißen, dieses Konzept. Eigentlich alles, was man macht, wirklich, sagen wir mindestens zu 95 Prozent, zahlt komplett auf die Hauptstory und auf die eigentliche Geschichte von Baldur's Gate 3 ein. Was ganz cool ist, weil es dieses typische Problem umgeht, was man in diesen Spielen immer hat, in Mars-Effekt, keine Ahnung. Hier, die Welt wird von Reapern überrannt, aber ich gehe mal hier hinten eben noch ein bisschen Erd sammeln und da erforsche ich noch den Planeten und da mache ich halt noch irgendwelchen Quatsch auf irgendeinem anderen Planeten, was ein bisschen konträr ist zu der Dringlichkeit der eigentlichen Geschichte. In Baldur's Gate 3 ist alles, was ich mache, mehr oder weniger, wirklich wichtig und immer dringlich und immer auch gerade nachvollziehbar die Motivation von meinem Charakter und von mir. Und das erste Mal so ein bisschen in Baldur's Gate 3 in der Stadt gibt es dann so ein paar Sachen, die so nebenbei funktionieren. Bisschen Fluff sind, bisschen Figuren in den Hintergrund bringen, einfach Spaß machen. Aber auch da ist das dann trotzdem immer noch die Ausnahme. Und das ist so ein bisschen, wie sich das darstellt. Und das spielt man dann halt, eben in diesen, würde ich sagen, 80 bis 120 Stunden und hat dann am Ende natürlich dann das große Finale in Baldur's Gate 3. Und ich muss sagen, das ist ein sehr cooles Ende. Also ich fand das wirklich spannend. Dafür muss ich auch vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt natürlich einmal die, es gibt die große Hauptgeschichte in Baldur's Gate 3 und die ist gut, die ist sehr gut. Ich finde die sehr kompetent. Und man weiß natürlich direkt vom Anfang an, das große Problem ist halt, die Mindflayer sind irgendwie ein bisschen zurück, die eigentlich ja vor Jahren in der Geschichte von den Forgotten Realms mal sehr, sehr wichtig waren. Die hatten ein großes Imperium, wurden dann von den Gith, das sind die Vorgänger der Gith Yanki, eine krasse und ein Volk, die jetzt auch im Spiel dann sehr prominent sind, wurden die halt gestürzt und leben seitdem im Untergrund. Und die kommen jetzt plötzlich halt wieder zurück in die Welt anscheinend, greifen im Intro ja mit diesem Nautoloid, diesem Raumschiff, Baldur's Gate ein, entführen Leute, du bist einer davon und kriegst diese Larve in den Kopf verpflanzt. So und dann ist natürlich jetzt die Frage, warum sind die überhaupt zurück? Die sind wahnsinnig gefährlich eigentlich, steht jetzt praktisch wieder die Rückkehr des Imperiums an und ich als Person möchte natürlich erst mal die Larve auch im Kopf werden, weil traditionell ist das so, wenn du diese Larve im Kopf verpflanzt bekommst, vergehen ungefähr sieben Tage und dann verwandelt man sich selber in Mindflayern. Das ist erst mal die erste Motivation, die man hat. Und die Geschichte entwickelt sich dann halt von diesem Startpunkt hin zum Finale in Baldur's Gate, wo es darum geht, es kommen noch so drei große Antagonisten im Spiel dazu und man lernt deren Motivation und Beweggründe und Wünsche und Ziele kennen und das ist so praktisch der Weg von A nach B. Und diese Geschichte ist sehr gut, finde ich, die macht Spaß und die ist auch wirklich spannend, hat einige Wendungen, aber das wirklich, wirklich faszinierende und Spannende an Baldur's Gate 3 ist nicht die Geschichte an sich, sondern die Figuren in dieser Geschichte, sei es die Figuren, die man auf dem Weg trifft, manchmal im Kleinen, die Leute in den Orten, die Questgeber, die Leute, die einen begleiten oder die Begleiter eben selber, diese bis zu zehn Leute, die man mitnehmen kann, die drei Antagonisten, die es halt hat, die wirklich alle sehr unterschiedlich sind und ihre sehr nachvollziehbaren und interessanten Gründe haben, warum sie das machen und es gibt auch einen davon, der einfach komplett irre ist und der hat das typische, das kann es aber als den Bösen, für das Bösen willen darstellen und die anderen zwei sind aus ganz unterschiedlichen Gründen dabei und machen das und das festzustellen, ist sehr cool und diese ganzen Entscheidungen, die man auf dem Weg trifft, auch da im Kleinen, manchmal in der Quest, mit den Begleitern, mit den größeren Entscheidungen, mit den mittelgroßen Entscheidungen, jetzt, wenn es da verschiedene Fraktionen irgendwo gibt in einem Ort oder im Spiel, welche unterstützt sich, wirklich auch größere Entscheidungen, ich meine, es gibt zum Beispiel ganz prominent, das lernt man am Anfang schon kennen, die Göttin Shah, das ist so ein bisschen die Göttin der Dunkelheit und das Gegenstück, die Göttin Selun, die so ein bisschen für das Licht steht und das ist so ein immerwährender Konflikt in den Forgotten Realms und den Vergessenen Reichen und auch da, solche stellst du dich auf eine Seite der Göttin oder der anderen Göttin, solche großen Entscheidungen triffst du da und du triffst die ganzen Entscheidungen, wie gehe ich mit dieser Larve im Kopf um, suche ich jetzt die Heilung oder suche ich, versuche ich die, also so schnell wie möglich loszuwerden oder nutze ich die Macht dieser Larve zum eigenen Vorteil oder muss ich mich vielleicht sogar selber opfern zum Guten, für das große Ganze, also die Entscheidungen, die man trifft oder bin ich jetzt ein böser Charakter und schließe mich diesen Antagonisten, den eigentlichen Antagonisten, schließe ich mich den an, weil ich dann denke, eigentlich machen die was ganz gut, und wenn ich jetzt als erster General unter denen dienen kann, das ist eine geile Sache, bekämpfe ich die, weil das einfach meinem Heldenideal entspricht, die wollen hier irgendwas Böses machen, das kann ich nicht zulassen, da gehe ich gegen vor, das Typische, was man hat oder noch viel krasser, auch wirklich eine Möglichkeit, dass ich sage, so ja, ich werfe die über den Haufen, diese Typen, weil die wollen was Böses machen und wie wäre es eigentlich, der Plan war eigentlich gar nicht so schlecht, wie wäre es denn, wenn ich das stattdessen mache und ich der neue Boss hier werde und ganz bald los geht und vielleicht die ganze Schwertküste beherrsche, und das sind so krasse Entscheidungen, die man immer und immer wieder während des Spiels treffen muss, manchmal im Kleinen, manchmal im Mittleren, manchmal im ganz Großen, bis zum Ende hin und die machen das Gesamterlebnis aus, es ist eben nicht im Vergleich zu anderen Spielen manchmal wirklich diese eine Großentscheidung, die man am Ende trifft und manchmal vielleicht so zwei, drei Sachen vor, die die Weichen stellen und dann spielt sich das so aus, es sind wirklich Dutzende, hunderte Entscheidungen, die manchmal riesige Tragweiten haben und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es gibt in dem Spiel wahrscheinlich, ich sage mal, irgendwas in dem Raum zwischen fünf und zehn Entscheidungen, die alle ungefähr die gleiche Tragweite haben, wie sonst in einem Spiel die absolute Endentscheidung, über die man vielleicht sonst nochmal tagelang spricht und davon gibt es halt wirklich in Wildersgate fünf oder zehn Stück, die das beeinflussen und das ist das Ende von Wildersgate, eben nicht das eine Ende, sondern die verschiedenen Enden und die verschiedenen Entscheidungen und deswegen ist es auch so gut, auch am Ende noch. Oh Mann, du machst einem so Bock auf die Uhr, die wieder die Zeit her, verdammt. Sei jetzt ruhig. Du hast gesagt, du hast auch nochmal ein bisschen versucht, zumindest so weit, dass es im Rahmen geht, zu schauen, wie das Spiel auf einen anderen Durchlauf reagiert, wie es auf gut und böse reagiert. Kannst du da ein bisschen was darüber sagen, wie gut reagiert es denn darauf? Was ist dein Fazit, soweit du das abschätzen kannst mit deinen Stunden? Okay. Larian hat das selber Reaktivität genannt und das ist ein sehr gutes Wort. Das ist eine der großen Stärken von Ballersgate 3, diese Glaubwürdigkeit und Reaktivität der Welt. Das heißt, erst mal hat man das Gefühl, diese Welt existiert für sich alleine. Die wartet nicht auf dich, dass du da als Held rein stolperst und alles übernimmst und von groß bis klein alles machen musst, weil ohne dich geht nichts. Da kann der Opa Erna seine Schweine nicht bewirten und seinen Sohn wiederfinden, der irgendwie verloren gegangen ist. Aber gleichzeitig kann auch das ganze Königreich nicht existieren, wenn du halt nicht das machst oder so. Sondern diese Welt existiert für sich alleine, die funktioniert, da gibt es Fraktionen, die haben eigene Ziele, eigene Vorstellungen, eine eigene Agenda, die Figuren auch und verfolgen das. Und du kommst da halt rein in diese Geschichte als Außenstehender und musst erst mal deinen eigenen Platz da erobern, deine eigene Geschichte finden. Und wie diese Geschichte verläuft, von dir selber, auch von der Welt, hängt halt ganz maßgeblich von dir und deinen Entscheidungen ab. Ganz grundlegend erst mal von den allerersten Entscheidungen, die man im Charaktereditor, in der Charaktererstellung trifft. Das basiert hier auf Dungeons & Dragons, der fünften Edition und dieser Kampagnenwelt der Forgotten Realms, die auch die bekannteste ist. Es gibt ja noch andere Sachen, aber da spielt halt das meiste. Da spielt, da spielt, weil das geht eins und zwei und Neverwinter Nights und alles das, was man da so kennt, spielt da drin. Und das hat eine reichhaltige Geschichte. Dungeons & Dragons gibt es jetzt bald seit 50 Jahren, nächstes Jahr. Und da hat sich viel entwickelt und diese Sachen sind sehr gut ausgearbeitet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Drow nehme oder einen Drow, männlich oder weiblich, und damit ins Spiel starte, habe ich ein ganz anderes Erlebnis. Schon mal von vorne weg, ohne dass ich selber was noch selber entschieden habe, weil die sind bekannt dafür. Die sind sehr brutal. Die haben eine überaus brutale matriarchalische Gesellschaft. Die sind rassistisch. Die halten sich Sklaven. Die sind arrogant. Und so weiter. Und das weiß jeder in der Welt von Baldur's Gate 3. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme, dann haben die eine bestimmte Erwartungshaltung mir gegenüber. Das ist ganz cool. Ich dachte, wir werden nicht spoilern. Ich werde mal so Beispiele hauptsächlich aus den ersten ein, zwei Stunden des Spiels nennen. Das ist, glaube ich, völlig okay. Bei dem 120-Stunden-Spiel. Also, wenn man in das Goblin-Camp kommt, relativ am Anfang. Da war ich, in meinem ersten Durchlauf, war ich da mal als Draw. Und die haben sich halt alle eingeschissen. Die haben halt sofort, oh, du bist da. Ja, komm doch rein. Alles schön. Hier da hinten, bediene ich gerne hier an unserem Vorrat. Und wenn du irgendwas sagst, willst, sag Bescheid. Und sonst, ja, wir gehen dir aus dem Weg. Mach, was du willst. Wenn du als Elf vorbeikommst, dann bedrohen die dich, wollen dich erst mal überfallen und ausnehmen. Du kannst dich da halt rausreden. Aber wenn es schiefläuft, kann es auch zum krassen Kampf direkt am Anfang kommen. Und das ist halt einfach nur von deiner Volkswahl abhängig, was du da gemacht hast. So cool. Und da gibt es halt noch ein paar andere. Es gibt die Tieflinge zum Beispiel als Volk. Das ist so ein Volk, das ist schon äußerlich auch wieder krass unterschiedlich. Es hat so Hörner und meistens so eine rote Haut. Hat Verbündungen zu den Höllen, was halt eine Ebene in diesem Universum ist. Es gibt die Hölle, es gibt Teufel, es gibt das Böse und irgendwie haben diese Tieflinge dann eine Verbindung zu und deswegen sind halt eigentlich alle ziemlich misstrauisch. Was wollen die eigentlich? Sind das irgendwie halbe Teufel? Sind das Böse? Stehen die mit dem im Bunde? Die haben doch diese Hörner auf, denen kann man doch nicht trauen. Und das schlägt ja auch unentwegt entgegen. Die Leute mögen dich nicht, die behandeln dich als Ausgestoßenen und davon gibt es halt noch ein paar mehr. Also das ist alleine schon das. Und dann geht es auch weiter, wenn ich dann spiele, spricht sich auch rum, was ich mache. Ich kann ja mich einer Fraktion anschließen, ich kann bestimmte Taten machen, ich kann mich böse oder gut verhalten, brutal, schlau, geheimnisvoll, wie auch immer. Und im gewissen Rahmen kriegen das andere mit. Wenn ich irgendwelche Entscheidungen getroffen habe, wenn ich irgendwo anders was gemacht habe, hören die das. Und auch das, manche Leute sprechen nicht mehr mit dir. Manche von den Begleitern kommen erst entweder gar nicht in die Party oder verlassen die Party. Und NPCs geben dir Quests oder nicht, Händler sind verfügbar. Also das hat alles dann doch deutliche Auswirkungen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ich habe das nicht über den ersten Akt hinaus gemacht, weil das kann ich in der Zeit nicht leisten, in diesen knapp zweieinhalb Wochen, die ich gespielt habe. Aber nach meinen Erfahrungen wie die anderen Sachen, die ich kennengelernt habe, erwarte ich zumindest, dass das auf einem ähnlichen Niveau auch dann in anderen Akten zu spüren ist. Sollte man sich dann für den, wenn man sich jetzt für den ersten Durchlauf sagen wir mal, für einen eher gemäßigten Durchlauf. Die meisten Leute spielen ja dann doch meistens einen guten, viele sicherlich eher einen chaotisch guten Charakter für so einen ersten Lauf. Also ist ganz klassisch, weiß man auch statistisch, dass die allermeisten, wenn sie die Angebote bekommen, auch in Rollenspielen erst mal einen guten Durchlauf machen. also können wir auch davon ausgehen, dass das bei Baldur's Gate wahrscheinlich so ist. Ich bin gespannt, ob Larian irgendwann mal so, ich weiß nicht, ob sie das statistisch verfolgen. Gibt schon Zahlen. Es gibt ein erstes, eine erste Auswertung und da geht es um eine bestimmte Entscheidung im ersten Akt. Ich will jetzt nicht spoilern, aber die ist relativ klar gut und böse und da sind ungefähr zwei Drittel gut und ein Drittel böse. Ja, das trifft sich ungefähr, wobei der ein Drittel böse tatsächlich relativ, ist ein bisschen mehr als Standard. Aber glaube ich, liegt auch ein bisschen darin, dass man bei Larian durchaus das Vertrauen hat, dass es sich lohnt, einen bösen Charakter zu spielen, was in vielen Spielen sich nicht so wahnsinnig doll lohnt, einen bösen Charakter zu spielen, weil der ist meist nur ein Arschloch und das ist irgendwie, ein Böse und ein Arschloch sind zwei unterschiedliche Sachen. Man kann es gut kombinieren. Ja, aber sie sollten irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, weil das ist sonst zu einfach. Von daher sehr verlockend. Aber sagen wir mal, man spielt jetzt den ersten Durchlauf mit einem relativ, relativ normalen Charakter und relativ normalen Volk, dem jetzt vielleicht nicht sofort in jedem Durchlauf maximal Freundlichkeit, Angst oder was auch immer entgegenschlägt, sollte man dann für den, was ist dein so Gefühl, sollte man dann für den zweiten Durchlauf vielleicht mal versuchen, möglichst immer in die Extreme zu gehen, also halt einen Charakter zu nehmen, der, wo man schon weiß, der wird es schwer haben in dieser Welt und vielleicht auch gleich auf Böse zu gehen, um mehr oder weniger den maximalen Unterschied rauszukriegen? Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, sich da ein bisschen zu informieren, was die Möglichkeiten und was die Optionen sind. Ich kann das ja mal kurz benennen. Ganz grob, ganz am Anfang kann man erstmal die Auswahl treffen zwischen einem Custom-Character und einem Origin-Character. Origin-Character heißt, sie haben ja zehn, aber ich glaube, für die Auswahl am Anfang sieben, verschiedene Charaktere vorgefertigt. Die haben halt ein fertiges Aussehen, die haben eine Klasse und ein Volk und die haben eine ausgearbeitete Hintergrundgeschichte. Das ist eben, man kennt ja Astarion, Dayzell, Kalach und so weiter, die Figuren, die man sonst als Begleiter im Spiel trifft. Man kann die auch selber als Figur, als Charakter, als Held spielen und das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ist, man fängt einfach einen komplett selbst erstellten Charakter an, wo man alles komplett auswählt, Klasse, Stats und eben keine Hintergrundgeschichte hat und so ein bisschen als normaler Bürger sozusagen aus Baldur's Gate entführt wird und dann in die Geschichte startet und das hat ein bisschen Vor- und Nachteile. Natürlich hat man als Origin-Charakter eben diese ausgearbeitete Hintergrundgeschichte und es gibt dann natürlich auch spezielle Interaktionen in der Spielwelt, weil du als Charakter praktisch da schon verortet bist. Es gibt vielleicht NPCs, die kennen dich schon, die haben schon mit dir irgendwie was erlebt, eine Vorgeschichte gehabt, du hast da eine Interaktion und das macht das unter Umständen interessanter und du kannst natürlich auch, wenn du jetzt vielleicht sagst, ich habe jetzt gar nicht so eine richtige Idee und eine von diesen sieben Vorgeschichten spricht dich total an, kann man sich da ja auch gut drauf einlassen, weil in vielen Spielen ist das ja der Standard. So in The Witcher, das ist eine vorgefertigte Figur, der weiß genau, welcher Typ ist der Witcher, wie ist der drauf, was hat er bisher erlebt und klar erlebe ich jetzt ein neues Abenteuer und auch da habe ich natürlich dann trotzdem viele Möglichkeiten, ihn zu spielen, wie ich das möchte. Ich kann die Baron-Quest so oder so machen, ich kann mehr Monster jagen oder mehr das machen, ich kann, weiß ich, mit Triss oder mit einer anderen Frau herz anbandeln, ernsthaft und all diese Sachen kann ich ja trotzdem machen. Auch in Baldur's Gate habe ich genug Entscheidungen, die noch machen, auch wenn ich eine vorgefertigte Figur habe. Also das ist, finde ich, eine durchaus legitime Option und die auch sehr viel Spaß machen kann. Einer der Nachteile ist natürlich, dass diese Figur dann als Begleiter entfällt. Die wird dann einfach aus der Kampagne natürlich rausgenommen, dann hätte man sie doppelt und das ist dann irgendwie was, eine Interaktion, die du dann als Hauptcharakter mit dieser Figur haben kannst, es fehlt dann und das ist unter Umständen ein bisschen schade. Das ist das eine. Das zweite ist halt eben einen selbstgemachten Charakter zu nehmen und das entspricht halt mehr so dem Geist von Dungeons & Dragons, wo man halt sich selber mit dem Game Master weit hinsetzt, sein Charakterblatt auspackt, die Sachen erwürfelt und auch sich eine Geschichte ausdenkt. Und das ist für manche vielleicht reizvoller, als eine vorgefertigte Geschichte zu nehmen. Also das ist die erste Entscheidung, die man treffen muss. Dann, und dann kann ich natürlich entscheiden, wenn ich sowohl, wenn ich den Origin-Charakter nehme, als auch, wenn ich den selbst erstellten Charakter nehme, kann ich natürlich entscheiden. Wie gesagt, spiele ich den böse, spiele ich den gut, spiele ich den machthungrig oder eher selbstlos, all diese Optionen, über die wir schon gesprochen haben. Obwohl es natürlich bei den Origin-Charakteren eher eine Tendenz gibt, weil der eben eine Vorgeschichte hat. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige, Option, wenn ich einen Charakter, ich weiß gar nicht, was bei Origin dabei ist, nee, es ist bei Origin dabei, genau, es ist ein Origin-Charakter, aber es ist keiner, der sonst im Spiel anzutreffen ist. Er heißt Dark Urge, das dunkle Verlangen. Und das ist so eine Mischung eigentlich aus Origin-Charakter und selbst erstellter. Es ist jemand, der hat eine Vorgeschichte, der hat bestimmte Sachen, die ihn ausmachen. Das Interessante aber ist, ich weiß nicht, was das ist beim Spielbeginn. Man hat so ein bisschen, die schon ein bisschen, so klischeehafte Amnesie am Anfang des Spiels, die sich erst im Laufe des Spiels langsam auflöst. Und das bezeichnende Merkmal ist allerdings, dass man eben dieses dunkle Verlangen hat. Und das äußert sich im Spiel so, dass man ab und zu den Drang hat, unglaublich brutale Sachen zu machen. und man weiß nicht warum. Das ist einmal sozusagen der Story-Hintergrund. Und Gameplay-technisch äußerte sich das so, dass es Situationen gibt, die manchmal völlig außer meiner Kontrolle liegen und manchmal, die ich versuchen kann zu beeinflussen und auch vielleicht zunehmend im Spielverlauf mehr, indem ich halt bestimmte Sachen erledige, bestimmte Begleiter um mich schare, an bestimmten Sachen arbeite, dass ich da mehr Einfluss drauf nehmen kann. Aber gerade am Anfang ist es manchmal sehr schwierig, dem zu widerstehen. und ich muss dann halt mit bestimmten Werten, wie es halt in dem Spiel ist, dann solche Würfe, und ob ich es schaffe jetzt, weiß ich nicht, Bauer XY brutalst umzubringen oder eben nicht. In manchen ist es auch komplett außer der Kontrolle. Und das ist dann noch ein besonderer Weg. Und auch den Charakter kann ich dann ganz interessant spielen. Den kann ich spielen, meinetwegen als guten Charakter, der von diesem dunklen Drang total terrorisiert und überrascht ist und der aufs Beste und aufs Stärkste versucht, dem zu widerstehen, weil er damit überhaupt nicht klarkommt. Oder ich kann auch einen bösen Charakter spielen, der dann merkt so, was steckt denn hier in mir? Und das halt voll ausleben. Was so richtig ausleben und da voll drauf bauen. Und das sind so die ganz groben Richtungen, die man hat. Und für den allerersten Run, also das ist mir wirklich ein Anliegen, muss ich empfehlen, dass man sich genau Gedanken macht, was liegt hier? Weil ich finde, und das ist halt auch mit das Besondere an Baldur's Gate 3, es ist eigentlich, es ist mehr als ein Spiel, kann man fast schon sagen. Es ist mehr ein Spiel, es ist mehr als ein Spiel, als es eben fast alle anderen Spiele sind. Deswegen ist es eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, weil zumindest geht es mir so, und ich glaube, es geht auch fast allen anderen draußen so, dass das so gut ist, dass du komplett in diesem Spiel versinkst, dass du dich so mit deinem Charakter identifizieren kannst, dass du wirklich jede Entscheidung dir zu Herzen nimmst, dass du dir Gedanken machst, dass du manchmal 10, 15 Minuten über was nachdenkst und einen Tag später noch zweifelst, hast du das Richtige getan und die Alternativen abwägst und mit dir haderst. Das ist so stark verankert, wie ich das, ich kann mich jetzt konkret an kein anderes Spiel erinnern, wo das so stark war. Und beim allerersten Durchlauf, finde ich, weil ich eben diese mehreren Durchläufe gemacht habe, ich habe zum Beispiel einen Dark Urge-Durchlauf gemacht, wo ich versucht habe, einen bösen Dark Urge zu spielen, der diesem Drang komplett nachgibt und dann so völlig ins chaotisch Böse abdriftet. Und ich habe nach 10 Stunden ungefähr, habe ich so Probleme gehabt, diesen Charakter zu spielen. Ich habe keine Probleme, irgendwelche Horrorfilme zu gucken und ich habe kein Problem mit Gore und schlimmen Sachen und so. Aber diesen Charakter, den ich selber spielen musste, der diese Sachen macht, um mich damit zu identifizieren, ist mir dann so schwer gefallen, dass ich damit nicht mehr klarkam. Ohne Witz, ich konnte das nicht mehr machen. Und deswegen ist zumindest der erste Durchlauf wirklich, nehmt was, womit ihr euch wohlfühlt, wo ihr wirklich denkt, ich kann das aus meinem Herzen und meinem Gewissen und meiner persönlichen Identifizierung heraus entscheiden und damit werdet ihr am meisten Spaß haben. Und für den zweiten Durchlauf, klar, dann nimm entweder, weil dann hast du auch wirklich ein Gefühl dafür, das kann ich jetzt gar nicht den Leuten so sagen, weil das muss man selber erleben. Man wird erleben, was Baldur's Gate 3 ausmacht, was die Entscheidungen sind, wo die, schon auch die Weichenstellungen sind. Man sieht das dann schon auch an bestimmten Stellen. Und dann kann man selber überlegen, okay, ich hätte total Bock, mal einen bösen Charakter zu spielen. Ich hätte total Bock, einen Dark Urge zu spielen. Ich hätte total Bock, hier vielleicht einen Charakter zu spielen, der dieser Larve nachgibt. Das, glaube ich, ergibt sich automatisch, wenn man den ersten Durchlauf gemacht hat. Wow. Der Wahnsinn. Eine Sache noch, also, ist das schwierig, ob das schon in Richtung, ich hoffe, dass es nicht in Richtung Spoiler geht. Wenn, dann beantworte ich es nicht so richtig. Ja, wir haben vielleicht schon, also dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, dass der dritte Akten Baldur's Gate selber ist und so. Obwohl eigentlich das, man wusste ja schon ungefähr, wo die Reise hin geht. Ja, es kommt, das ist wirklich, ich habe nichts gespottet. Aber eine Sache, die mich, ist vielleicht was Persönliches, aber ich muss gestehen, mich erschlagen Städte in Rollenspielen oft ein bisschen. Also ich habe oft Angst vor großen Städten und oft sind Rollenspiele immer bei mir gebrochen, immer dann, wenn mich die Quest in die größte Stadt geführt hat, der Spielwelt, weil ich die größte Stadt oft dann als ein unglaubliches Abarbeiten von Haus zu Haus gehen und dann doch irgendwie immer dasselbe haben, erlebt habe und wenn jetzt Baldur's Gate, klar, da steht Baldur's Gate halt drauf, das ist ja logisch, dass er irgendwie da hinführen muss. Aber ich bin, ich bin kein Fan von großen Städten in Rollenspielen, weil das oft so viel ist, und man hängt dann da so lang und ich will dann auch mal irgendwie wieder zurück aufs Feld und gegen den Drachen kämpfen oder was weiß ich nicht. Deshalb, wie erschlagend ist diese Stadt? Muss man da ein bisschen Angst vor haben oder brechen sie das irgendwie ganz gut auf? Weil es sind ja eigentlich nur Aneinanderreihungen von Häuser. Das musst du ja designtechnisch irgendwie lösen. Das ist eine gute Frage. Danke. Vor allem, da das letzte Spiel von Larian, Original, äh, Divinity Sin, Origin 9. Wie heißt das nochmal? Divinity Original Sin 2. Danke. So heißt das Spiel. Genau. Das hatte tatsächlich ein, finde ich, ähnliches Problem. Das war ja für mich auch einer der absoluten Ausnahmerrollenspiele der letzten Jahre mit Kingdom Come Deliverance. Für mich persönlich vor Baldur's Gate 3 mit das beste Rollenspiel der letzten zehn Jahre. Ich war super begeistert davon. Auch ein Grund, warum ich mich auf Baldur's Gate 3 so gefreut habe, weil ich eben Larian schon kannte. Aber man muss sagen, da war der dritte Akt der schwächste. Und auch da war der dritte Akt in einer großen Stadt. Und bei mir ist tatsächlich genau das eingetreten, was du gerade beschrieben hast. Ich war so begeistert von dem Spiel und war es auch bis zum Schluss schon noch. Aber am Ende hat es mich ein bisschen ermüdet. Man ist halt da rumgelaufen. Es gab so viele Häuser, überall Leute. Man hat aber keinen Überblick gehabt, wer macht was, was will der von mir, wo soll ich hin. Das ist mir alles zu viel. Ja, so ein bisschen das klare, strukturierte, stringente der vorherigen Schauplätze hat mir da durchaus gefehlt. Baldur's Gate 3 und die Stadt Baldur's Tor kann am Anfang ein kleines bisschen überwältigend wirken. Es ist etwas entschärft dadurch, dass wenn wir in der Stadt ankommen, sind wir erst in so einer Art in den Suburbs, in der Vorstadt, in so einem Gebiet, was davon ein bisschen abgetrennt ist und erkunden das recht getrennt und das ist einigermaßen überschaubar. Hat ein paar interessante Sachen. Dann kommen wir in, man sieht es auf den Trailern immer schon, es gibt diese eine ganz große Festung direkt vor Baldur's Gate 3, die mit dieser Brücke verbunden ist. Die ist nochmal ein einzelner Schauplatz und auch sehr, sehr cool und erst dann kommt man nach Baldur's Tor. Diese beiden Gebiete vorher sind einigermaßen überschaubar. Das ist schon mal ganz angenehm. Dann kommt man nach Baldur's Tor rein und das ist eine wirklich große Stadt mit extrem vielen Schauplätzen und Figuren, aber sie haben es geschafft, bei mir zumindest, das so zu machen, dass ich ganz klar weiß, was will ich hier? Was ist meine Motivation? Wo will ich hin? Was habe ich als nächstes vor und was ist mir wichtig? Und ich weiß relativ genau, was meine nächsten Schritte sind. Ich kann diese Schritte in verschiedenen Reihenfolgen abarbeiten. Ich kann da meine eigenen Prioritäten setzen und auch viel drum herum machen durchaus. Entweder was mir mehr Informationen gibt, was da rein spielt, was mit meinen Begleitern zu tun hat. Ich habe durchaus eine große Freiheit, da mein Spiel selber zu gestalten. Aber ich habe da so einen Mittelweg gewählt. Ich habe durchaus dann nochmal, wenn es sich angeboten hat und ich in einem Haus vorbeigelaufen bin und du hörst irgendwie ein total abgefahrenes Gespräch durch die Fenster raus und denkst so, Moment mal, was ist da denn los? Und dann hast du gelauscht oder bist zur Tür rein. Oder hast irgendwo einen komischen Keller entdeckt, da einen Mordfall mitbekommen und und was alles so gibt. Also es sind schon Sachen, die mich dann so gereizt haben, dass ich dem nachgegangen bin. Aber ich habe auch wirklich viel, also gerade im dritten Akt habe ich glaube ich bestimmt, ich kann es natürlich nur raten, aber ich habe vielleicht locker 40 Prozent des Angebots nicht wahrgenommen, was da in der Stadt war. Weil ich hatte aber auch das Gefühl, okay, ich muss jetzt gerade diese Quest dringend machen. Ich muss mich darum absolut kümmern. Ich habe hier den Begleiter, der mir fast wegstirbt oder der sonst wegläuft und und und. und deswegen konnte ich mich sehr konzentriert auf bestimmte Sachen konzentrieren, die machen, habe Sachen, die sich angeboten und die da mir so ein bisschen in den Schoß gefallen sind und die mich interessiert haben, nebenbei miterlebt, aber habe auch Sachen wirklich bewusst und manchmal auch unbewusst ausgelassen, die mich überfordert hätten und die für mich gefühlt nicht in diesen speziellen Run reingepasst haben. Für einen anderen Charakter, für einen anderen Helden vielleicht durchaus, für mich in der Situation nicht und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mich das Spiel dafür bestraft. Darüber können wir vielleicht noch mal reden, wie es allgemein ist mit Sachen auslassen, Sachen nicht machen, wie sich das auswirkt, weil das hat durchaus auch Auswirkungen, aber insgesamt war es dadurch eine sehr angenehme Erfahrung. Ich hatte einmal das Gefühl, da ist dieses Großangut, das ist diese riesige Stadt mit vielen Optionen, aber ich kann da drin meinen eigenen Weg finden und das ist völlig okay. Kann ich denn, wenn ich jetzt Quests ausgelassen habe oder noch nicht beendet habe, kann ich die nach dem Ende der Hauptstory noch beenden oder ist dann Schluss? Nee, am Ende der Hauptstory ist Schluss. Okay, da kommen die Credits und dann ist es vorbei. Man kann zwischen den Akten teilweise noch mal reißen, es gibt drei Akte und wenn ich jetzt bestimmte Grenzen überschreite von Akt 1 zu Akt 2, gibt es eine Warnung im Spiel, wo du sagst, hier diese typische, wenn du hier weitergehst, bitte stieß alles möglich ab, was dir noch wichtig ist. Man hat teilweise schon noch die Möglichkeit, wieder zurückzureisen, aber diese drei Akte bewegen im Großen praktisch die Story immer weiter. Es passieren dann so große Storybeats, richtig massive Sachen verändern sich in der Welt und deswegen sind dann vielleicht viele Quests einfach nicht mehr möglich, müssen abgeschlossen sein, weil sie halt sich weiterentwickeln, Figuren sind nicht mehr an diesem Ort und so weiter. Also ist das schon durchaus ernst zu nehmen, auch wenn es die Möglichkeit gibt, zurückzureisen und um da noch mal Kleinigkeiten zu erfüllen und auch mal zurückzugucken und wie auch immer. Aber das ist so die grobe Struktur von diesen Akten. Und wenn ich aber am Ende fertig bin, ist da auch erst mal Schluss. Aber das ist auch, das ist halt auch das, weil man sonst, man kennt das ja, was ich aus Open World spielen, Spider-Man oder so, ich habe die Geschichte erlebt, aber ich will jetzt noch mal in die Stadt, um alle Rucksäcke zu sammeln. Ja, ich will noch mal das angucken, ich habe da hinten noch nicht alle Aussichtspunkte erobert und so weiter, aber da ist diese Art von Aufgaben und von Beschäftigungstherapie heißt das. ich wollte einfach ein Wort gesucht, aber es gibt diese Art und Sachen und Beschäftigungstherapie in Baldur's Gate 3 überhaupt nicht, gar nicht den Ansatz davon. Und deswegen gibt es gar keinen Grund, nach dem Ende der Geschichte irgendwie da zurückzukehren, weil die Geschichte hat sich dann weiterentwickelt. Ja. Und deswegen findet das nicht statt und das ist auch völlig okay. Die Entwickler selbst haben ja schon gesagt, dass sie nicht aktiv irgendwie an DRCs oder Erweiterungen arbeiten und dass es schwierig wäre, aber dass sie es auch nicht komplett ausschließen würden. Was wäre dir dann lieber, ein DRC, der ans Ende anknüpft oder ein DRC, der quasi eine Abspaltung, also irgendwie ein neues Gebiet dazu bringt, was man dann unterwegs besucht? Ich hasse DLCs persönlich, die mitten in der Kampagne sind. Das ist mir ein absoluter Graus, weil oft ist es so, normale Spiele spiele ich einmal durch. Es gibt meine Favoriten, die spiele ich mehrmals durch. Was ich, die Dark Souls-Spiele zum Beispiel, das ist so ein Fall, da spiele ich ja das New Game Plus und Plus Plus und nochmal und dann auch das Remake und so weiter. Und wenn ich ein Spiel sehr mochte und dazu kommt ein DLC, komme ich da gerne zurück und spiele manchmal vielleicht was, was danach spielt oder eine parallele Geschichte. Aber was ich halt furchtbar finde, ist, wenn halt irgendwie im zweiten Akt des Spiels dann ein DLC verankert ist und ich muss, nicht ich will, sondern ich muss praktisch nochmal entweder einen Spielstand zufällig da haben oder nochmal irgendwie 20, 30, 40 Stunden dahin spielen, um das Neue zu erleben. Das ist, also ich finde das grausam. So, also das ist normalerweise, wie ich das empfinde mit diesen DLCs mit drin. Deswegen, bei Baldur's Gate, weil ich eh vorhabe, das noch ein paar Mal zu spielen, wäre ich da vielleicht nicht ganz so böse, aber prinzipiell mag ich das nicht. Die Geschichte von Baldur's Gate 3 ist ziemlich abgeschlossen in sich, hat ein definitives Ende, dein Ende, ja, was du gespielt hast, aber jetzt auch in meinem Ende und wahrscheinlich in anderen auch, gibt es noch Anknüpfungspunkte. Ja, es, manche dann, wie Kleider, machen irgendwas, verlassen vielleicht die Gruppe, rechen irgendwo hin auf, was sie noch zu tun haben, weil das in ihrem Spiel nicht abgeschlossen wurde und, und, und. Ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, weil du ja dann eigentlich irgendein Kanonende finden müsstest, wenn du einen danach anschließen möchtest und das ist ja, das ist wahrscheinlich, was sie auch selber gesagt haben, warum sie das als schwierig empfinden, weil es gibt natürlich diese 17.000 Enden, und das ist natürlich totaler Marketing-Quatsch, ja, weil dann kannst du jetzt nicht mehr Permutationen, das ist völlig albern, aber ich sage mal, es gibt wahrscheinlich, wenn ich jetzt raten müsste, wenn ich an wirklich große Entscheidungen denke, gibt es irgendwas in dem Bereich, würde ich auch wieder sagen, zwischen 5 und 10 sehr unterschiedliche Enden in dem Spiel und da müsstest du dann aber, um einen wirklich, einen inhaltlich, bedeutungsvollen DLC zu machen, müsstest du dich ja für einen davon entscheiden, weil die Welt lebt eben davon, dass es die ganzen Querverweise gibt, dass die Leute auf das reagieren, was passiert ist und wenn davon irgendwie 8, 9, 10 Sachen nicht berücksichtigen können, ist das wieder schwierig, also ich, da müsste mein Favorit tatsächlich, einer meiner Favoriten wäre entweder die Vorgeschichte zu erzählen, weil da gibt es so viele tolle Sachen, es gibt so viele Sachen, die entweder manchmal nur angedeutet werden, die manchmal in Quests eine Rolle spielen, manchmal auch sehr ausgearbeitet sind, aber die so spannend sind, die so cool sind, das wäre so geil, da irgendwas zu spielen, was davor spielt, das wäre eine Möglichkeit, Du könntest wieder einen neuen Charakter dir bauen. Genau, das wäre, das wäre ja eine Möglichkeit, oder du müsstest was spielen, was schon auch mit der Story zu tun hat, aber irgendwie mindestens so 10 Jahre danach spielt oder sowas, dass du Abstand hast und da was aufbauen kannst, das wären die zwei Optionen, die ich sehe, die wirklich auch sinnvoll wären und auch einigermaßen realistisch umzusetzen, dieses direkt danach, mittendrin, halte ich für extrem schwierig. Eigentlich wirklich, muss ich sagen, für kaum machbar. Ja. Ich würde es mir aber wirklich wünschen, ich habe das Bytersgate 3 durchgespielt, ich will es auch noch mindestens zweimal durchspielen, ich habe so konkrete Pläne, aber ich will auch noch mehr, ich bin ja so begeistert, ich nehme auch noch mehr, irgendwas drumherum, bitte Larian, ich nehme es gerne. Die Chancen stehen ja nicht unbedingt schlecht, dass es an Bytersgate 4 von Larian gibt, weil ich glaube, die Zukunft der Firma ist relativ gesichert jetzt mit dem Erfolg. Sie haben ja schon gesagt, sie wollen zu Divinity Original Sin zum Universum zurückkehren, vielleicht schieben sie das dazwischen, auch so ein bisschen als Erholungsphase, weil ich glaube, auch als Entwickler nach einer Weile bist du da im Tunnel und musst vielleicht auch ein bisschen raus und dann würde es ja die Option geben, dass sie halt mit einem Bytersgate 4 das dann wieder zurückführen. Du hast eingangs von Problemen gesprochen, du hast gesagt, es gibt ein tolles Spiel, aber es gibt, wie in jedem Spiel, natürlich auch gewisse Sachen, die man kritisieren kann und muss. Was sind das für Sachen? Okay, also es sind Kleinigkeiten erstmal, es sind ein Haufen Kleinigkeiten, so von Quality of Life, so Inventar-Management, wie manage ich meine Begleiter, wenn ich die jetzt mal wechseln muss, dieses Rastsystem, wenn ich ins Camp gehe und übernachte, kann das nicht irgendwie alles ein bisschen praktischer sein? Also alles solche Sachen sind da auch vorhanden und kratzen ab und zu mal, sind aber jetzt nicht so wirklich problematisch und ich denke auch, dass da einiges jetzt noch kommen wird. In den Hotfixes hat man schon Ansätze dazu gesehen, es gibt jetzt inzwischen schon drei Hotfixes, der Viertel ist schon angekündigt, ein großer Patch ist angekündigt mit über tausend Änderungen und Anpassungen und Bugfixes und auch ein paar andere Sachen sind schon auch in der Pipeline. Also das sind alles so Nickeligkeiten, die nicht wirklich so groß sind. Dann eine Stufe höher sind tatsächlich größere Bugs im Spiel, die jetzt noch auftreten und von denen ich erwarte, dass sie, sage ich mal, in den nächsten Wochen, vielleicht ein, zwei, drei Monaten, vielleicht auch doch schon so lange, gefixt werden. Und das sind einmal technische Sachen und auch ein bisschen inhaltliche und KI-Sachen, vor allem im dritten Akt. Man hat das schon auch gesehen, Divinity Original Sin 2 ist ja ähnlich entstanden, alles in einem kleineren Maßstab, aber es gab auch da diese ausführliche Early Access-Phase, wo auch der erste Akt verfügbar war. Und dann gab es später den zweiten und dritten Akt in der Release-Version. Und da war es sehr extrem, muss man im Nachhinein sagen. Ich habe das selber nicht erlebt, weil ich später, ich habe nicht die Definitive Edition gespielt, aber ich habe es irgendwie anderthalb Jahre nach Release gespielt erst, das Original Sin 2. Und da war das alles kein Thema mehr, aber zum Release war das ganz schön verbuggt. Da gab es eine Menge Probleme, gerade in den späteren Bereichen, bis zu richtigen GameStopper-Bugs, wo dein Spielstand so kaputt war, dass du nicht weiterspielen konntest. Auf dem Niveau ist Bidosgate 3 bei Weitem nicht. Ja, es ist wirklich, es ist ein sehr gut spielbares Spiel und funktioniert in weiten Teilen und im größten Bereich hervorragend. Was man ein bisschen merkt, ist, einmal, dass diese, dieser Grad der Entscheidungsfreiheit, nicht so sehr für die ganz großen Entscheidungen, die bleiben bis zum Ende super relevant, super spannend, super impactful und haben mich jedes Mal wirklich sehr lange beschäftigt, die sind bis zum Ende top, die großen Storybeats. Aber diese kleineren, manchmal so auf Quest-Ebene und manchmal so auch auf dieser mittleren Ebene, diese Entscheidungsmöglichkeiten sind nicht so ausgearbeitet wie im ersten Akt, wo halt sie halt jetzt irgendwie auch zwei Jahre mit der Community zusammen dran geschraubt haben und gesehen haben, was können die Leute hier noch für eine verrückte Idee haben und wie wollen sie das denn lösen und was wäre ihnen hier noch lieb und deswegen hast du wirklich für viele Sachen im ersten Akt ja zehn verschiedene Möglichkeiten oder zwölf, völlig irrsinnige teilweise. Und das geht ein bisschen zurück im zweiten und vor allem im dritten Akt. Da hast du vielleicht manchmal nur in Anführungszeichen die üblichen zwei, drei, vier Optionen, die brutale, die schlaue, der Schleichweg und der gute und der böse Weg so ungefähr. Und manchmal hatte ich da Sachen probiert, die vorher gingen und die waren da nicht so richtig berücksichtigt. Die waren da nicht möglich, sicher, dass sie gar nicht funktioniert haben, aber sie wurden dann ähnlich behandelt, wie sie wurden dann so in zwei, drei Kategorien gesammelt, sozusagen gefühlt, die alle zum gleichen Ergebnis geführt haben. Ja, diese super krasse Freiheit und Kreativität, der erste Akt ist da ein bisschen verloren gegangen. Ist okay, es ist trotzdem noch sehr gut, aber es hat nicht dieses Über, ja, von den ersten Akten später. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es einige technische Probleme gerade im dritten Akt gibt. Viel mehr, gerade im dritten Akt ist mir sehr häufig aufgefallen, Probleme mit der Soundabmischung in Dialogen, ja, dass die Soundlevel plötzlich ändern. Manchmal sogar, hat man ganz deutlich gehört, ich hatte das gerade, und das gerade im Finale, dass Soundaufnahmen anscheinend unbearbeitet waren. In dem Sinne, dass man, wie wenn ich jetzt hier, wenn wir jetzt das aufnehmen, beim Podcast machen wir es jetzt nicht unbedingt, aber manchmal schon, passen wir noch das Soundlevel an, machen einen Kompressor drauf, wenn da Störgeräusche im Hintergrund sind, den Filter mit dir raus und solche Sachen. Ich hatte das Gefühl, dass bestimmte Dialogszenen zwischendurch einfach komplett unbearbeitet waren. Und das hörst du dann halt sofort, es klingt ganz dünn, es klingt irgendwie grisselig, das ist passiert. Das ist natürlich ärgerlich, vor allem bei so einem Spiel, wo ich gerade drüber gesprochen habe, wie groß die Immersion ist, du fühlst dich hundertprozentig da drin, du denkst überhaupt nicht drüber nach, dass das ein Spiel ist und das reißt sich dann in dem Augenblick komplett raus. Das ist passiert. Kameraperspektiven in den Dialogen, das ist ja so schön geschnitten, jeder Dialog hat eine Cutscene, wechselt zwischen den Gesichtern, coole Kamerawinkel, plötzlich irgendwie der Kamerawinkel hinterm Baum, man sieht die Charaktere gar nicht, irgendwie im Hinterkopf festgehangen und alle solche Sachen, solche typischen, was man halt so kennt, was passieren kann, findet auch statt. Nicht super oft, aber auch nicht super selten. Ein ganz ärgerlicher Fehler im dritten Akt ist, dass ganz oft Haare, Rüstungen und bei den Mindflare, bei den Gedankenschändern, diese Tentakel, so wild flackern, so wabern und flackern und schwimmen halt. Und das ist extrem irritierend, wenn du den Leuten halt ins Gesicht schaust, die auch großformatig da sind und ganz halt wackelt ihre Rüstung da so wie blöde rum. Das nervt total. Ja, also das ist, das sind auch die ganzen typischen Probleme, die mir aufgefallen sind. Ein ganz schlimmes, also das war das schlimmste Problem, was mir aufgetreten ist, nee, stimmt gar nicht. Zwei schlimme Sachen. Machen wir mit eskalierender Stufe, das voll schlimmste Problem sozusagen, ein großer Bosskampf ist sozusagen, wenn man jetzt, es gibt mehrere große Bosskämpfe am Ende und ein großer Bosskampf ist bei mir ziemlich verpackt gewesen. In dem Sinne, dass man in einem relativ großen Areal spielt, das auch auf mehreren Höhen Ebenen stattfindet und ich bin nicht ganz sicher, was das Problem war. Entweder war das Problem, ich habe einen Kampf ausgefochten und es hat irgendwie aus Versehen alle Gegner geackrot in diesem ganzen Gebiet und das sollte an der Stelle gar nicht so sein. Oder das Zweite ist einfach, dass die zwar geackrot werden sollen, aber auch entsprechend reagieren. Bei mir war es so, die waren alle irgendwie geackrot, aber konnten mich überhaupt nicht erreichen in meinem, sozusagen auf meiner unteren Ebene. Ich hätte erst woanders hingehen müssen, um die dann zu treffen. Und das, was das war, das Problem ist, die sind dann irgendwie wild im Kreis gelaufen, weil sie nicht zu mir konnten, haben irgendwie sich gegenseitig gebufft und irgendwelche Zauber gemacht, die auf mich gar nicht wirken konnten, weil ich ganz woanders war. Und das Problem, und das war halt richtig nervig, das ist ja dieses rundenbasierte Spiel. Das heißt, ich hatte irgendwie so eine Runde, wo meine vier Leute dran waren und dann 35 Gegner, von denen aber 20 überhaupt nicht entweder in meiner Sichtweite waren oder nichts machen konnten, aber jeweils ein paar Sekunden gebraucht haben, um ihren Scheiß zu machen. Und dieser Kampf, diese großen Kämpfe gehen ja über 10, 15 Runden und wenn jede von diesen Runden aber ungefähr, weiß ich nicht, zwei Minuten zu lange dauert, weil das halt verbuggt ist, also ich in dem Kampf effektiv, ich habe den paar Mal neu gestartet, um zu gucken, ob ich das irgendwie beheben kann, konnte ich nicht. Wenn dieser Kampf effektiv irgendwie eine Stunde geht und davon aber 40 Minuten Scheiß sind, der irgendwo passiert und mich nervt, ist das mal ganz schön anstrengend. Das war schon sehr anstrengend. Und das ist nicht mal das größte Problem, das allergrößte Problem war für mich, dass mit meinen Begleitern der Questfortschritt teilweise hängen geblieben ist. Und das ist super, super, super ärgerlich. Was meine ich damit? Man trifft ja die Begleiter, die meisten davon relativ früh im Spiel. Man kann dann immer eine Party von vier Leuten bilden, mit denen man in der Welt rumläuft und mit denen man die Abenteuer erlebt und kämpft. Aber die anderen Charaktere, wenn es jetzt nicht krasse Sachen sind, dass die die Party verlassen oder die sterben oder so, prinzipiell sind die in deinem Camp. Die sind bei deiner Gruppe dabei, die wissen auch, was passiert, die erleben die Geschichte mit, sind halt nicht aktiv in den Kämpfen dabei. Also man erlebt zusammen diese Geschichte und bei den Rasten tauscht man sich aus, spricht mit denen, guckt, wie sind die drauf, was haben die für eine persönliche Questreihe und wie will ich da weiter vorgehen. Und bei mir ist es bei zwei oder drei Charakteren, drei glaube ich, passiert, dass die komplett stecken geblieben sind. Dass irgendwann im Verlauf deren Questreihe hängen geblieben ist. Man hat es daran erkannt, dass entweder die Dialogoptionen einfach immer die gleichen waren. jedes Mal, den ich angesprochen habe, war das Gespräch vom letzten Mal noch da. Ich konnte die gleichen drei Sachen fragen, die haben die gleichen drei Sachen geantwortet und es ist nicht weitergegangen. Oder einfach, es sind einfach gar keine Optionen mehr aufgetaucht zum Gespräch. Und das ist mir bei drei Begleitern passiert und das ist natürlich extrem ärgerlich, weil das ja eine der absoluten Kernkompetenzen des Spiels ist. Ich konnte damit ganz gut umgehen, weil, lass mich kurz überlegen, ein Charakter hat mich nicht so interessiert, einen Charakter konnte ich mitleben, bei einem war ich wirklich traurig und dadurch bei dem Charakter, und jetzt ohne was zu spoilern, das ist am Ende so tragisch ausgegangen mit dem Charakter, weil ich halt seine Questlinie nicht fortsetzen konnte und das hat mir ohne Witz das Herz zerrissen. Das hat Emotionen ausgelöst, wie ich sie vielleicht seit dem Anfang von The Last of Us oder vielleicht sowas wie Final Fantasy 7 nicht mehr hatte. Ich hätte alles gemacht, um das zu ändern, konnte es aber nicht und zwar nicht aus Entscheidungen, die ich getroffen habe, sondern weil das Spiel verpackt ist an der Stelle. Und das ist schlimm, das ist übel und das darf nicht passieren. Ja. Und das ist halt, und das, und diese, einmal diese technischen Bugs und Kamerawinkel, das ist glaube ich was, was man relativ schnell fixen kann, das braucht vielleicht noch ein paar Hotfixes. Diese KI-Probleme mit den anderen Sachen, das sind so Trigger-Geschichten, ich glaube auch, das kann man auch ein bisschen später, das kriegt man auch in den Griff, das mit den Charakteren, das mit diesen Begleitern und auch mit manchen Quest-Auflösungen, die sind auch ähnlich, das gab es relativ wenig, aber es gab auch so ein, zwei, drei Quests, die konnte ich nicht vernünftig beenden, weil das Spiel da hängen geblieben ist, obwohl ich alles gemacht habe sozusagen. Das ist glaube ich der Komplexität geschuldet. Das ist einfach, und ich glaube, dass sich das teilweise gar nicht so leicht beheben lässt, das sind tiefergehende Sachen, das wird einfach einen bestimmten Prozentsatz an Spielern passieren, weil du eben diese ganzen Permutationen und Möglichkeiten im Spiel hast, wird es irgendwo immer diese Sachen geben, an die sie nicht gedacht haben, irgendwas verkantet sich in Code, dass für einen bestimmten Prozentsatz der Spieler irgendwas passieren wird, was sie betrifft, keinen anderen, aber was halt sehr schwerwiegend ist. Und ich glaube, daran werden wir noch eine Weile zu knabbern haben, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass sie es irgendwann hinkriegen, aber vielleicht auch wirklich erst in der Definitive Edition in ein, zwei Jahren. Das Gute ist bei Larian, dass man sich sicher sein kann, erstens durch den Erfolg, den sie mit dem Spiel jetzt haben, aber auch dadurch, dass sie ja immer nur dieses eine Spiel produzieren und also ein Studio sind, das sich selbst gehört und das sich mehr oder weniger immer um ihr aktuelles Spiel dreht, dass sie diese Probleme beheben werden und dass sie alles tun werden, um sie zu beheben. Also es ist nicht ein Studio, was jetzt so, ach naja, raus, fertig, danke, wir haben unsere Auftragsarbeit erledigt. Ach was, aber Dormit war jetzt nicht so gut. DLC geht weg, das Spiel reparieren wir nicht. Auf Wiedersehen. Ja, wir drehen mal den Mittelfinger hoch und das war's dann. Wir haben ja die Vorbestellerzahlen drin, kein Ding. Das ist halt das Gute bei ihnen, weil, ja, wie du schon sagst, also bei DaVinity Original Sin 1 und 2 brauchten halt auch diese Special Editions. Witzigerweise ja, bei Witcher damals ja auch, Witcher 1 und 2 brauchten offiziell die Special Editions, Witcher 3 brauchte zumindest ein paar Patches, da haben sie es dann nicht Special Edition genannt oder Enhanced Edition, weil es sich nicht so viel, weil wirklich in erster Linie Fehler behoben wurden, nicht irgendwie das Spiel nochmal umgebaut wurde. Aber selbst bei einem Witcher, selbst jetzt bei The Witcher in dieser Next-Gen-Update, was jetzt bald ein Jahr alt wird, irgendwann in den nächsten Monaten, selbst das Update ist halt noch kaputt. Also es ist halt okay, wo du denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber wie gesagt bei Lorien, da kann man sich sicher sein, das wird behoben werden und irgendwann in zwei Jahren oder drei oder vielleicht in 23, wenn ich dann mal die Zeit habe, um es mal weiterzuspielen, wird das perfekt sein. Ich freue mich schon sehr drauf, du hast mir das jetzt noch schmackhafter gemacht, als ich sowieso schon Bock drauf habe und mir ein bisschen Sorgen genommen, dass ich vielleicht Angst vor Baldur's Gate selbst habe, also vor der Stadt, Baldur's Tor, sagen wir mal so, vielleicht kann man so unterscheiden. Baldur's Gate, wir meinen das Spiel, Baldur's Tor, wir meinen die Stadt. Eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, weil ich mich so oft aufs Backes konzentriert habe. Eine große Sache, der man sich wirklich bewusst sein muss, wirklich bewusst, das habe ich jetzt selber gemerkt und das habe ich aber auch unter ganz vielen Kommentaren unter meinen YouTube-Videos gesehen, wo ich ja einmal ein Let's Play habe, aber auch sehr viele so Guide und News und Lore-Videos rund um Baldur's Gate 3 rumherum gemacht habe. Und auch jetzt um den Erfolg und den Start, den Release. Man muss sich wirklich bewusst sein, und das darf man nicht unterschätzen, es ist ein einigermaßen komplexes Regelwerk mit Rundenstrategie, Rundentaktik. Und ja, man denke, das ist sehr offensichtlich, Martin, vielen Dank für diesen Hinweis. Aber es ist wirklich so, und es ist so. Man hat, was man auch, wo ich jetzt über Quest und Nebenquest gesprochen habe und habe gesagt, man hat diese ganzen typischen Wegwerf-Quest und Beschäftigungstherapie nicht, hat man nicht, super. Und man hat auch nicht diese typischen, was auch so ein bisschen ist, diese Zufallskämpfe, diese Zeitstreckungskämpfe und Trashmobs, die man in anderen Rollenspielen hat, nur um ein Gefühl irgendwie für das Land zu bekommen, wenn ich jetzt von da nach da laufe, treffe ich unterwegs noch drei Goblins und die beschäftigen mich und noch ein paar andere Kämpfe auf der World Map, wo dann irgendwie Leute aufpoppen und so, hat alles Baldur's Gate 3 auch nicht. Jeder Kampf, ja, hat wirklich seinen Sinn, seinen Zweck und ist da von den Designern handplatziert, aus bestimmten Gründen und passt. aber jeder Kampf fasst auch, es gibt manchmal kleinere Scharmütze, aber jeder Kampf ist auch wirklich im Prinzip eine Herausforderung und ein eigenes Ereignis. Und durch diesen, durch den runden Kampf brauchst du für jeden Kampf mehrere Minuten. So sind es dann vielleicht mal, man kann vielleicht auch sagen, ich spiele ein bisschen langsamer und gründlicher, mir macht das halt Spaß. Also ich will mich da gar nicht beschweren, das ist nichts, was ich persönlich schlimm finde. Aber ich nehme die sehr ernst, diese Kämpfe, ich investiere viel Zeit, ich will, auch wenn es jetzt gar nicht wichtig wäre, jetzt wenn ich am Ende des Kampfes halb tot bin und ich habe zu Hause in der Kiste eh noch 70 Heiltränke und könnte einfach rasten und alles wieder fallen, aber einfach aus so einem persönlichen Anspruch und aus so, wie ich das Rollenspiel spiele und was mir Spaß macht, will ich jeden Kampf, wirklich jeden Kampf, so gut wie möglich bestehen. Und auch bei kleineren Sachen sitze ich da 10, 15, 20 Minuten und bei größeren Kämpfen 30, 50, 60, 70 Minuten an einem Kampf. So, wie gesagt, das wird nicht jedem so gehen. Manche spielen das ein bisschen entweder auf anderen Schwierigkeitsgrad, sind einfach vielleicht auch besser als ich oder legen nicht so viel Wert darauf, diesen Kampf optimal zu schaffen, weil das ist nicht wichtig. Aber trotzdem bist du in gewisser Weise mit jedem Kampf beschäftigt. Und es gibt nur den Rundenkampf. Es gibt jetzt nicht, weil es geht 1 und 2, gab diese Mischung Realtime mit Pause, was ich gar nicht unbedingt für besser halte, aber es hat für bestimmte Kämpfe sozusagen den Vorteil, dass ich die einfach so nebenbei erledigen kann. Meine Leute feuern da irgendwie KI-mäßig alleine rum, Feuerbälle rein, bam, 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 bam und nach zweieinhalb Minuten ist der Kampf einfach automatisch vorbei. Jetzt lief nicht gut, aber ist es geschafft. Nee, bei Ballos Gate muss ich jeden Kampf meinen Charakter wieder anklicken, ich muss den Zauberspruch auswählen, diesen, ich muss gucken, warum ist der auf Q-Down, wie ist die Interaktion, ich muss da hinklicken, er kann da nicht hin, er geht sich mal bereit, der Nächste ist dran, in den nächsten Zug geht er in den Sprung, macht den Sprung nach vorne, haut einmal zu, Aktionspunkte vorbei, nächster Charakter, die anderen reagieren, Initiative, bla bla bla, weißt du, also jeder Kampf läuft so ab und das muss man wollen. Es gibt den einfacheren Schwierigkeitsgrad zum Beispiel, wo die Werte verändert sind, die haben weniger HP, ja, ich treffe häufiger, solche Sachen, der Kampf ist natürlich dadurch schneller, das Grundsystem ändert sich aber nicht, ich muss das trotzdem machen, von dem schweren Schwierigkeitsgrad gar nicht zu sprechen, das ist einer, also man muss wirklich sich damit anfreunden. Das kann man jetzt machen, auf Steam kann man ja zwei Stunden probieren und in den zwei Stunden, alleine im Epilog, hat man ein paar von diesen Rundenkämpfen, da wird man feststellen, ob man das mag oder nicht und wenn man da schon merkt, oh, das nervt jetzt ein bisschen, warum muss ich jetzt denn hier gegen die blöden Gedankenschöne auf der Brücke kämpfen, ich will doch jetzt nur hier runter vom Schiff, wenn man da schon merkt, das nervt einen, das wird nicht anders, das ist ein zentraler Aspekt des Spiels, das ist das eine und das zweite ist das D&D-System, Dungeons & Dragons und das ist einerseits das große Fund, mit dem Baldur's Gate 3 wuchern kann, weil es hat eben diese 50 Jahre Geschichte, Ausarbeitung, den Input von unendlich vielen Leuten, die das gespielt haben, diese ganze Fantasie und Interaktionen, die da drin stecken, alles diese ganze fantastische große Welt und die spürt man an allen Ecken und Enden, aber es hat auch wirklich viel Ballast, es ist wirklich Wahnsinn, ich bin jemand, der sich unglaublich gerne tief eingräbt in Mechaniken und in die ganzen Details eines Spielsystems, ey, aber Dungeons & Dragons, ja, es gibt alleine so viele Zustände, die einen, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel mit einem Schwert treffe oder mit einem Zauber, neben dem reinen Schaden, die auch, das kann sich kein vernünftiger Mensch merken, der nicht seit 10 Jahren Dungeons & Dragons studiert hat, es gibt alleine zum Beispiel für sowas Typisches wie betäubt, ja, ich treffe jemanden und der kann nichts machen, gibt es aber noch irgendwie, es gibt betäubt, es gibt gelähmt, was irgendwie was anders ist, es gibt verwirrt, es gibt dann, und das alles, es gibt vergiftet, es gibt, aber vergiftet, es heißt nicht, dass man Giftschaden bekommt, es ist was ganz anderes, es gibt aber Giftschaden, es gibt irgendwie noch Poisonous, es gibt dann die ganzen Elemente, die sind wieder leicht zu verstehen, aber dann gibt es bezaubert und verzaubert und ganz oft sind die, überschneiden die sich total, es gibt verängstigt, das ist was anderes als Furcht, das ist wieder was anderes als, weißt du, manchmal laufen die bei Angst, weg, manchmal nicht, manchmal lassen sie ihre Waffe fallen, manchmal drehen sie sich im Kreis, was soll das, also, es ist halt wirklich, es ist zu viel, es ist nicht komplex, es ist kompliziert und unnötig kompliziert, es hat einfach zu viele Sachen auch, dass, wenn man auch mal zu viel, ich hab mir vor einer Weile nochmal den Podcast von Baldur's Gate 1 und 2 von Stay Forever angehört, von Gunnar Lott und Christian Schmidt, ich glaube vielen GameStar und GameTube-Hörern und Zuschauern auch sehr bekannt natürlich als ehemalige Redakteure und Chefredakteure, die den Retro-Podcast Stay Forever machen und die haben nochmal über Baldur's Gate 1 und 2 gesprochen und da das gleiche Problem identifiziert, es ist einfach, du hast diese tollen Zahlen immer, hier 180 Zaubersprüche, 90 das und das, bin ich schon, das sind alles so Zahlen, die mich eher verängstigen, muss ich gestehen, bei solchen Spielen. und ein bisschen zurecht, einmal weiß es halt so viele sind und einmal aber auch, sind es unnötig, es gibt halt, du könntest wahrscheinlich locker auf ein Viertel runterkratten, locker, und hättest die gleichen Optionen im Kampf und die gleichen vielfältigen Tiefen, weil so viele einfach irgendwie redundant sind und ungefähr das Gleiche machen, ja ein bisschen andere Reichweite und ein bisschen andere Zaubergrad und Damage, aber eigentlich machen sie das Gleiche. Ja. Was soll das, aber ich muss mir das irgendwie dann trotzdem angucken und merken und beim Levelaufstieg kriege ich hier irgendwie so einen Block von 30 Spells ausgewählt, aus denen ich zwei dann nehmen muss und muss mir die aber alle durchlesen, um zu verstehen, was das soll. Aber das macht mir keinen Spaß, obwohl ich mich so gerne damit beschäftige, das ist zu viel. Ja. Ich habe das dann gemacht und ich saß beim Levelaufstieg, also wirklich auch ungelogen, manchmal eine Stunde bei einem fucking Levelaufstieg, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber das macht keinen Spaß und die Sache ist auch die wieder, Baldur's Gate 3, das ist ein bisschen auch mein persönliches Problem in gewissem Grad, weil man kann Baldur's Gate 3 auf den normalen Schwierigkeitsgrad mit einem gesunden Grundverständnis von Rollenspielen auch gut spielen, ohne sich damit allzu ausführlich zu beschäftigen. Wenn man jetzt versteht, was ist ein Zauberer, was ist ein Kämpfer, was ist ein Schurke, was ist jetzt ein Damage-Dealer, was ist ein Support und was ist ein Tank, so grob diese Kategorien, die man einfach kennt, dann kann man das gut spielen. Man muss nicht jedes Detail verstehen, man kann das einfach lassen und man hat auch ähnlich, das ist witzigerweise, hat mich das ein bisschen an sowas wie Sekiro erinnert, du hast natürlich diese unglaubliche Tiefe und du kannst dich auf manche Aspekte super versteifen und du musst dich, oder wenn du es auf eine bestimmte Art und Weise spielen musst, musst du dich mit bestimmten Sachen sehr auseinandersetzen, aber Sekiro hat auf vielen Ebenen auch diese sogenannten Cheese-Strategien ermöglicht, du kannst immer bestimmte Items auf deine Waffen machen oder irgendwelche bestimmten Bomben werfen oder was nehmen, was viele Encounter und Bosse, wenn nicht trivialisiert hat, aber sehr erleichtert und dir dann einen bestimmten eigenen Ansatz gegeben hat. Du musst natürlich immer noch die Kernmechanik verstehen und gut beherrschen, aber nur zu einem gewissen Grad und darüber hinaus hat es dir bestimmte Freiheiten gegeben und Ballos Gate 3 ist hier sehr ähnlich. Du musst natürlich trotzdem einfach verstehen, wie funktioniert das Aktionspunktesystem, was sind Zauber, was sind Angriffe, was sind die Klassen, aber du musst dann nicht jeden Zauber im Detail verstehen. Du kannst den grob dahin ballern, du hast extrem, wirklich extrem viele Möglichkeiten mit anderen Items, dann baue ich mir Bomben, dann schmeiße ich da eine exklusive Tonne hin, dann kippe ich erst Öl dahin, zünde das Feuer an und, und, und. Das sozusagen das Spiel ein bisschen zu cheesen, auch interessanter zu machen durchaus und das Spiel, auf die Art und Weise zu spielen, um dich dann gar nicht mit diesen Untiefen des D&D-Systems komplett auseinanderzusetzen. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber trotzdem finde ich, das Spiel zeigt halt, dass es das gibt und ich bin jemand, ich will das dann verstehen, aber gleichzeitig ist es eigentlich zu viel und man muss auch an der Stelle sagen, Baldur's Gate 3 ist nicht gut genug da drin, D&D in der Tiefe zu erklären. Die Tooltips sind relativ gut, ja, aber ohne, ich muss, wenn du das wirklich verstehen willst, musst du eigentlich ein Dungeons & Dragons Wiki daneben offen haben, weil du wirklich zu jedem Spell nochmal nachlesen musst, okay, das ist der Radius, das sind die Effekte, dann kann man ihn zaubern, dann nicht, das gibt diese Einschränkung, weil das kann ein Tooltip auch kaum wieder geben. Also ich fand schon, ehrlich gesagt, den Stream, den wir gemacht haben, obwohl ich ja die Early Access Version von Baldur's Gate 3 schon ein bisschen gespielt hatte, fand ich trotzdem noch den Stream, den Erklärungsstream, den du gemacht hast, da waren so viele grundlegende Sachen drin, wo ich dann auch beim Spielen von Baldur's Gate 3 so dachte, oh, das hat mir das Spiel ja zum Beispiel gar nicht erklärt. Nee, tut's auch nicht. Obwohl das eigentlich was Essentielles war oder wo ich dann nach dem Stream mit dir so dachte, ach, Gott sei Dank weiß ich das jetzt, dadurch ist meine Spielerfahrung gleich viel angenehmer und ich kann das besser einschätzen, was das eigentlich bedeutet und was ich da eigentlich mache. Also, würdest du sagen, dass das Kampfsystem von Divinity Original Sin 2 da besser ist, weil es ja ein reines für PC entwickeltes, beziehungsweise für Computer entwickeltes System ist? Ja, würde ich sagen. Es ist das bessere System für ein Computerspiel. Es ist einfach, es ist auch sehr komplex, gerade in Interaktionen mit der Umgebung und der Spales untereinander und solchen Sachen wie eben Umwelteffekte und Sachen, die ich dabei beeinflussen kann, wie Öl mit Feuer und Gift mit Wasser und Eis und Wasser und alle solche Geschichten. Das ist sogar kreativer und vielfältiger als Dungeons & Dragons. Aber es ist sehr viel, es ist eben, wie du gesagt hast, für den Computer entwickelt. Es ist genau für die Möglichkeiten, aber auch einschränkt, Erdenkungen eines Computers gedacht und funktioniert einfach dafür nahezu perfekt. Man hat, finde ich, genauso viele Freiheiten, aber weniger Kompliziertheit und es fühlt sich einfach viel runder an und viel stimmiger. Und es ist meiner Meinung nach, zumindest für den Kampf, das andere ist dann vielleicht ein bisschen Geschmackssache, natürlich jetzt, welche Völker gibt es da und wie ist jetzt da der Hintergrund und die Lore und so, das mal außen vor genommen. Aber für den Kampf am Computer ist Divinity und Original Sin 2 das bessere System und das spielt sich wesentlich besser. Ja, toll, jetzt müssen wir also den Talk, sobald das geht, auf einer schlechten Note belten. Ja, also kein so tolles Spiel, sollte man auf jeden Fall nicht kaufen. Hoffentlich gibt es da nie eine Fortsetzung, Enttäuschung des Jahres. Man sollte sich dessen zumindest bewusst sein, man sollte das halt mal ausprobieren, ob einem das liegt, wenn es einem gar nicht liegt, dann nicht, aber andererseits, ich habe das jetzt so gesagt, man muss auch nicht zu viel Angst haben, das würde ich auch noch mal wirklich betonen. Das ist ein bisschen mein eigenes Problem, weil wenn ich was sehe, will ich es verstehen. Also wenn ihr mir sagt, der Zauberspruch ist so und so, aha, und dann bin ich halt leider zehn Minuten im Wiki verschwunden, bis gleich. Andere spielen das nicht so und du kannst es auch wirklich spielen, ohne das so zu machen wie ich. Es gibt die drei Schwierigkeitsgrade, du kannst das hervorragend machen, und du wirst auf einen, drei Schwierigkeitsgraden für jeden einzelnen seine Herausforderungen finden und seine Vorlieben und das ist, glaube ich, völlig okay. Aber ich sage nur, ich glaube, einfach meinetwegen jetzt die Lore und alles der Hintergrund von D&D, aber wenn es das Kampfsystem noch von Divinity Origins und Sin 2 hätte, wäre es das noch bessere Spiel. Aber das ist wirklich auch wieder auf sehr hohem Niveau. Gut, na, das war doch noch ein versöhnliches Ende jetzt hier, aber insgesamt natürlich ein fantastisches Spiel, wahrscheinlich das Spiel, des Jahres, vielleicht das Spiel des Jahrzehnts. Also wäre durchaus möglich. Bin sehr gespannt, was Starfield da in ein paar Tagen als Kontrast liefert, weil das ist, glaube ich, was Rollenspiel angeht, das absolute Kontrastprogramm, was so einen ganz anderen Ansatz hat, so ein ganz anderes Angebot macht, aber es ist natürlich trotzdem sehr spannend. Schauen wir mal, was die nächsten Wochen und Monate auch in Sachen Updates noch bringen, aber wir kommen jetzt hier erstmal mit der Baldur's Gate Auswertung zum Ende, denn meine Freundin schnäuzt schon, erkältet, wie sie ist. Das heißt, ich muss mich gleich kümmern. Das war's mit dieser Podcast-Folge. Wenn es euch gefällt, dann abonniert gerne unseren Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Schaut auch gerne, wenn ihr möchtet, bei Martin spielt vorbei, wenn ihr mehr zu Baldur's Gate 3 erfahren wollt, denn da gibt's jede Menge Videos, die auch einzelne Aspekte zum Teil erklären, wenn ich's richtig gesehen habe. Du machst, glaube ich, auch ein richtiges Let's Play dazu, ein langes, ne? Ja, ich mach ein Let's Play, ich mach ausführliche Guides, wie auch zu einzelnen Aspekten des Kampfsystems, zu den Begleitern und, und, und. Bisschen Lore, was sind die Gedanken schindern, wo kommen die her, also was Typisches halt. Und auch so ein bisschen einfach News-Videos, die ich immer so bekomme jetzt, über die Spielerzahlen, über den Release, wie sind die Leute drauf und so. Ja, würde mich natürlich freuen, Martin spielt auf YouTube, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also, wenn ihr mal sehen wollt, wie Martin in einen Kaninchenbau auffällt, der scheinbar kein Ende nimmt, dann erlebt ihn in seiner Obsession Baldur's Gate 3. Mal sehen, was dann das nächste Spiel wird, was so obsessiv gespielt wird, wahrscheinlich City Skylines 2. Starfeed hätte das Potenzial, da bin ich halt eben auch sehr gespannt. Mal gucken. Mal gucken. Gut, ansonsten gerne natürlich auch bei uns auf GameTube einschalten, wenn ihr Let's Play sehen wollt. Ja, das war's von unserer Seite aus. Vielen Dank, Martin, für die ganzen ausführlichen Erklärungen und Einschätzungen und ich freue mich sehr auf den Rest vom Text für das Video. Ja, danke für das schöne Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017